Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge diese Woche hier bei Sims 4. So, Brianna hat jetzt gerade sich um ihre Tochter gekümmert. Jetzt können wir hier auch mal schnell eben die Wäsche auch machen. Taschendurch suchen ist nichts da. Taschendurch suchen und dann in die Waschmaschine stecken, in die Waschmaschine stecken. Hier ist nichts drin, okay. Dann hätten wir das auch gemacht. Dann, warte mal, Betreten, Verboten, Tür abschließen. Haben wir eigentlich, ist das schon weihnachtlich? Ne, das ist noch helloweenisch. Helloweenisch, genau, wenn du das gemacht hast, aufräumen bitte. Dann Deko abnehmen. Nach Winterdeko wühlen, alltägliche Dachrinnen und Dekorationen, Friesen, Fundament. Wow, okay, warte mal. Dachdekoration, wir brauchen was winterliches. Wir haben hier das hier. Dann Fundamentdekoration haben wir ja auch. Dann nehmen wir auch das. Oder? Wie schaut denn das jetzt aus? Achso, das muss er erst machen. Ist das eigentlich schon weggeräumt? Ne, ist noch nicht weggeräumt. Okay, das kann sie nicht machen. Dann entfernst du jetzt erst mit den Haarbüschel. Dann werden wir das jetzt erst mal hier nach oben stellen. Also wir haben hier überall so eine Dingkacke. Okay. So, dann machst du das mal so. Dann Dachrinnen, so und Fundament. Werde ich jetzt noch was anderes nehmen? Was haben wir denn noch? Sternchen. Nehmen wir Sternchen. So. Dann mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Du hast eine ziemlich starke Persönlichkeit, Brianna. Und das ist genau das, was wir bei einer Köchin suchen. Nein. Ich bin noch Ärztin. Ich habe noch Urlaub. Lasst mich in Frieden. Okay. Und dann haben wir noch das andere mit Sternchen. Hier sollten dann noch Sternchen entstehen. Sternchen. Sternchen. Ich meine, jetzt kommt ja dann wirklich auch der Winter. Ich meine, wir haben schließlich jetzt dann schon November. Ach, wie süß. Weil die Sternchen finde ich irgendwie langweilig. Dadam, dadam. Fundament. Wir nehmen doch auch das. Hierhin teleportieren. Aha. So. Wie lange hat Tim eigentlich Schule? Bis 15 Uhr. Hausaufgaben nicht begonnen. Okay. Wenn Tim dann nach Hause kommt, soll er gleich mal eben fix duschen gehen? Mit Geistern, kommunizieren, duschen. Dann soll er natürlich Spaß haben. Und hier ein bisschen spielen. Oh, das ist brav. Ja, das gefällt mir schon besser. Hier, auf Couch bürsten, kennenlernen, loben. Ciao. Hier, umarmen, streicheln. Weißt du was? Hier draußen im Garten darfst du auch dein Geschäft verrichten. Hallo? Du kommst jetzt aber bitte nicht in die Wohnung rein und verrichtest dann dein Geschäft. Ach, er kommt zu spät nach Hause, wird befördert und kommt auch... Achso, nee, früher kommt er nicht nach Hause. Okay. Ja, dann, Tim ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Seine Leistungen sind gerade noch befriedigend. Was? Echt jetzt? Okay. Du? Na, das lassen wir jetzt erstmal. Genau, du machst das. Du kannst jetzt hier mal bitte mit dem Hund Gassi gehen, weil das wolltest du doch eh die ganze Zeit. Hier, kurz einen Spaziergang machen. Dann, was machst du? Du machst hier Teile plündern, wegwerfen bitte noch. Und du kümmerst dich jetzt hier noch um den Garten, und zwar, dass wir hier alles ernten. So, Terra Abrax. Manche Leute lieben Kunst, aber alle lieben einen bekannten Künstler. Ja, so schaust du aus. Tschüss! So, du gehst Gassi. Du schaust erstmal zu, dass dir wieder ein bisschen besser geht. Und er sinkt drunter. Wie süß ist das denn? So. Oh, die kleine Maus hat Hunger. Hier, gewöhnliche Teile, Altmaterialien. Okay, wie gesagt, du kümmerst dich jetzt erstmal darum, dass du zu Spaß kommst auch. Und dann darfst du deine Hausaufgaben machen. Alter, wieso braucht es so lang? Müssen wir die Dusche eigentlich noch befördern, soll ich verbessern? Aha, warte mal. Okay, das sollten wir dann unbedingt als nächstes in Angriff nehmen. Ähm, wo sind wir hier? Ja, warte. Leine mal los und sag hier, mach mal Geschäft bitte. Wah. Hallo? Geschichte erzählen. So, wieso geht das jetzt nicht? Sag jetzt nicht, du brauchst kein Geschäft mehr machen. Oh, okay. Dann baden, spazieren, joggen, kurzer Spaziergang. Wo sind wir denn eigentlich? Ah, da. Okay. Ähm, wir gehen jetzt hoffentlich nach Hause. Ich glaube, dann hätte ich überhaupt von der Leine nehmen sollen, gell? Warte mal. Hund, bleib stein. Hallo. Danke. Ah, okay. Who's that? Makoa. Umweltschützer. Schützt die Natur. Okay. Machst du jetzt? Oh. Unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit meinem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Klar, gibt es jemanden, gibt es jemanden anderem. Bring es zum Geschäft zurück. Manieren, Empathie, Manieren. Okay, das ist aber alles ein bisschen scheiße. Ähm, Manieren, Konfliktlösung. Ja, mach halt das, gell? Manieren sinken, das ist blöd. Flimmo. Flimmo, was ist mit dir los? So, warte mal. Dein Hund kackt hier jetzt noch hin. Schade, er hat sich voll angeschränkt. Aufheben und dann gehen wir hier bitte wieder nach Hause anleinern. Hundi. Ah ja, genau. Okay, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Und wenn wir dann zu Hause angekommen sind, kann ich bitte... Oh. Alter, wir haben gar nicht drei Kakaofen. Alter, du bist doch stinken wie Sau. So, was machst du? Du sprichst mit deinem Sohn oder was? Nee, warte mal. Dein Sohn ist... Wieso ist dein Sohn? Ich habe doch gesagt, du sollst erst mal spielen. Oh nein. Echt jetzt? Okay, warte mal. Du wirst es zuerst aufräumen und dann wirst du hier spielen. Und wieso isst du eigentlich die Sachen für deinen Mann weg? Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Okay, warte mal. Wir haben wahrscheinlich eh mehrere Sachen. So. Geh mal bitte hier zuerst aufs Klo. Junger Mann, du musst hier aufräumen, oder? Ja. Oh, ich sehe gerade, ich könnte die Kleidung eigentlich auch noch ändern, oder? Von unserem kleinen jungen Mann. Die Frisur würde ich ehrlich gesagt sogar noch lassen, weil die passt irgendwie zu ihm. So, da hat er es eben gerade an der Tür geklopft. So, du spielst jetzt ein bisschen. Genau, du hast eh auch Kido. So, komm mal hier. Kann deine Mama irgendwas mit dir zusammen machen? Herbei rufen. Bist du schon fertig mit Spielen? Ey, nee. Du machst hier nichts dreckig. Nein. Okay. Dann müssen wir jetzt hier erziehen. Bringen, bringen, Entschuldigung zum aktuelles Verhalten. Maßregeln. Bestrafen, entscheiden, ruhig, streng. Anstrengen wegen Anges... Nee, nee, ruhig. Warte mal. Bitten, kein Chaos umarmen wegen Anges... Bitten, kein Chaos zu veranstalten. Okay, das hast du eh wieder aufgehört, aber ist wurscht. Du musst gemaßregelt werden. Das geht so nicht. Okay, Verantwortung. Gut. Dann kannst du jetzt mal eben auf Toilette gehen. Und du möchtest schlafen. Nee, warte mal. Du bist doch eh schon wieder zu Hause, oder? Hoffe ich mal. Ja, du bist zu Hause. Okay. Dann kannst du mal hier aufs Klo gehen, bitte. Dann... Reste nehmen. Du gehst schlafen. Kinderfreundliche Websites suchen. Aha, okay. Das machst du, wenn du noch ein Klo gehen. So, liebe Mami, du darfst jetzt eigentlich noch nicht schlafen gehen, weil ich komme hier jetzt noch mal her. Du kommst auch noch mal her. Und zwar machen wir jetzt noch Hausaufgaben. Es ist erst 19 Uhr. Ja, Schatzschäfer. Aber die Katze liegt da und schnurrt und schnurrt und schnurrt. Die Tiere haben auch noch was zum Essen. So, kann ich dir jetzt bei den Hausaufgaben helfen? Warte mal, was musst du denn jetzt Hausaufgaben machen? Hier hingehen. Aha, setz dich auf Papas Platz. War nicht schlecht. So, kann ich dir jetzt irgendwie dabei helfen? Bei Hausaufgaben helfen, genau. Die kleine Katze will auch Aufmerksamkeit haben, so wie meine kleine große Katze. Du bist voll happy. Ja, toll. Du hast natürlich den restlichen Fisch gegessen, du Affe. Ach Gott. Hier, mit einem Hund spazieren gehen. Toll, das hatten wir doch gerade vorher. Vampirbuch lesen. Toll. Du bist unterrichtet werden, weil Unterricht bekommen hat. Man kann so viel mehr lernen, wenn man bei den Hausaufgaben Hilfe von einem älteren Sim erhält. Das ist nice. Okay. Alina. Das machst du jetzt dann bitte? Weil ich kann mich nicht zerreißen. Ich muss mich hier um ein anderes, also um mein erstes Kind kümmern. Ja, genau. Dann brauchst du noch. Rinka. Rinka. Du bist voll konzentriert. Du bist dann aber auch noch nicht ganz müde. Wir müssen sowieso dein Bett dann noch verbessern, aber... Das können wir dann wieder am nächsten Tag machen, wenn du wieder in der Schule bist. Donnerstag, okay. So, du hast die Hausaufgaben fertig gemacht, oder nicht? Doch, ich glaube, die sind fertig. Okay. Okay, ähm... zuschauen. Was lernt er denn jetzt? Vampirsaga. Hm. Kreativität. Mit Geigespielen, okay. Vampirgeheimnisse entdecken. Tim stößt tief in die Vampirforschung vor. Offenbar gibt es jede Menge Wissen, dass er sich aneignen könnte, wenn er weiter recherchiert. Mhm. Tim hat gelesen, dass Sonnenlicht sehr schlecht für Vampire ist, sogar fatale Folgen haben kann. Ja, Vampirbuch freigeschaltet. Okay, dann können wir mal hier Bücher, Vampirbücher kaufen. Band 1. Wir haben eins im Besitz. Ah, okay. Warte mal, das wollen wir uns mal zu uns holen. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wo das sich überhaupt befindet. Wamm... Pfff... Oh, okay. Ähm... Nein, ich möchte eigentlich keine Videos starten. Hier, ich möchte auch nicht reisen, sondern Objekte filtern. Ähm... Frische, Seltenheit. Okay, das ist irgendwie... Ich dachte eigentlich, dass das so ein Suchding ist. Haben wir hier irgendwo ein Buch? Nein, schaut nicht danach aus. Haben wir hier irgendwo ein Buch? Nein, schaut auch nicht danach aus. So, haben wir... Hier haben wir das Buch. So, das schnappst du dir. Und liest es ein bisschen. Echt jetzt? Du gehst dafür woanders hin, damit du es lesen kannst? Wo setzt du dich hin? Ich glaube, wir brauchen so ein Sitzkissen bei uns drüben, ha? Ja, okay. Also, wir werden jetzt nochmal schnell einkaufen gehen. Und zwar brauchen wir hier so ein Sitzkissen. Komfort. Haben wir hier so ein Sitzkissen? Pralles Polster. Und Bärchen. Hier haben wir so ein Sitzkissen. Ausgaben, Gewinn an die Inflation angepasst. Okay. Ne, das wäre eigentlich ganz lässig, das Ding. Schwarz, Lila ist aber doof. Oder wir nehmen so eins einfach. Genau. Wir nehmen einfach so eins. Dann werden wir uns wohl in Zukunft da drüben hinsetzen können. Schau, das macht dir sogar Spaß. Ein Fernseher, der muss natürlich auch laufen. Als ob das nicht so viel Ding wäre. Umarmen, streicheln. Das finde ich blöd, dass du das da reinlegst. Bücher kaufen, etwas lesen, öffnen. Okay, wir legen das einfach hier rein. Schau, jetzt geht es dem Katzi wieder gut. Und dem Hund, dem wollen wir auch noch hier. Tims, Timstagram, Tierpfleger. Umarmen und streicheln. Das werden wir hier auch noch machen. Und weil du so ein Vielfass bist, kriegst du auch noch ein Leckerli. Und dann werden wir uns hier mal in mein Zimmer begeben und schlafen. Tschau. 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 Tim und Kaul sind soeben beste Freunde geworden. Oh, nice. So, der erste Schultag. Gerade so, Dreierschüler. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Ja gut, das haben wir ja. Hausaufgaben sind auch abgeschlossen. In neun Stunden hast du wieder zur Schule zu gehen. Es könnte etwas knapp werden, aber es passt schon. So, das kleine Kätzchen schläft. Das werden wir hier ausschalten, dass das Kätzchen besser schlafen kann. Das hat sich hier schon wieder übergeben. Das ist super. Aber was sollen wir machen, gell? Na gut, ich werde hier jetzt erst mal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin erst mal. Ciao, ciao.